Hi, ich bin Diane Weisskaber. Ich gehöre zum Management von Hawkstone. Der wunderschöne See, an dem wir hier stehen, ist... Wir sind The East. Uns ist egal, wie reich ihr seid. Alle, die schuldig sind, sollen das Grauen ihrer Verbrechen am eigenen Leib erfahren. Es ist leicht, wenn es nicht dein Leben ist. Wenn es nicht dein Zuhause ist. Aber wenn ihr schuldig seid, solltet ihr nachts nicht durchschlafen können. Vor allem dann nicht, wenn wir wissen, wo ihr wohnt. Belügt ihr uns, belügen wir euch. Beobachtet ihr uns, beobachten wir euch. Vergiftet ihr uns, vergiften wir euch. In den nächsten sechs Monaten greifen wir drei Konzerne wegen ihres weltweiten Terrorismus an. Und das ist erst der Anfang. Dein Video In den nächsten sechs Monaten greifen wir uns. Bis zum nächsten sechs Monaten! Dann wählen sie uns, vergiften die Gelächte über den Kopenhagen. Bis zum nächsten sie. Bis zum nächsten nochmal! Noch nie, oder?